Dreieckstücher kann man von allen denkbaren und undenkbaren Richtungen ausstricken. Heute zeige ich dir, wie du ein Dreieckstuch von der Seite ausstricken kannst. Ich benutze dafür diese Wolle, aber eigentlich ist es egal welche Wolle du benutzt. Du kannst jede beliebige verwenden. Ich habe 450 Meter von dieser Wolle gebraucht. Dieser Schal ist sehr lange. Ich schätze so eine Flügelspannweite von fast 2 Metern. Die untere Länge ist 1 Meter. Wenn euch etwas zu schnell gegangen ist, habe ich alle Elemente dieser Strickanleitung in der Infobox in ausführlicher Version verlinkt. Ihr beginnt mit einem Maschenanschlag und schlagt zwei Maschen an. Dann dreht ihr es um und strickt beide Maschen rechts ab. Dann dreht ihr es wieder um, strickt eine Masche rechts, macht einen Umschlag und noch eine Masche rechts. Dann dreht ihr es wieder um, strickt eine Masche rechts und den Umschlag verschränkt abstricken. Und dann wieder eine Masche rechts. Ihr dreht es um und das ist eigentlich schon die Musterreihe, die Musterreihe 1 für den Teil 1. Ihr strickt eine Masche rechts, macht einen Umschlag und strickt die restlichen Maschen auch wieder rechts. Die nächste Reihe ist bis zum Umschlag. Dreht es um, strickt rechts bis zu dem gemachten Umschlag. Den Umschlag strickt ihr rechts verschränkt ab und noch eine letzte Masche rechts. Die nächste Reihe ist bis zum Umschlag stricken und den Umschlag verschränkt ab. Und das geht so weiter bis fast die Hälfte der Wolle verbraucht ist. Je nachdem, wenn ihr es später noch umhäkeln wollt, dann braucht ihr etwas mehr übrig. Ihr könnt selbst entscheiden, wie lang er werden soll. Ihr könnt so ein Dreieckstuch auch mit 200 Meter machen, aber dann ist das Dreieckstuch nicht sehr groß. Jetzt seid ihr langsam schon bei der Hälfte angekommen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die zweite Hälfte des Dreieckstuchs stricken könnt. Ihr hört bei der Musterreihe auf, wo ihr den Umschlag verschränkt abgestrickt habt, also bei Musterreihe 2. Ihr strickt zwei Maschen rechts zusammen, strickt bis zum Ende der Reihe rechte Maschen. Und die zweite Reihe ist total kompliziert. Ich werde hier an dieser Stelle etwas schummeln. Ich habe so viele Maschen oben, dass ich gar nicht so viele reden kann dazwischen, bis ich mit einer Reihe fertig bin. Und schon habe ich eine kürzere Reihe. Nun diese komplizierte zweite Reihe. In dieser Reihe strickt ihr alles nur rechte Maschen. In der Musterreihe 1 strickt ihr zwei Maschen rechts zusammen. Und in restlichen Maschen nur rechts. Und in der Musterreihe 2 strickt ihr alles nur rechte Maschen. Und das bis ihr Nummer 3 Maschen auf der Nadel habt. Wenn ihr Nummer 3 Maschen auf der Nadel habt, dann strickt ihr natürlich wieder Musterreihe 1 die letzten zwei rechts zusammen. Und die dritte rechts. Und kettet die letzten zwei Maschen ab. Und ich habe das Ganze noch umhekelt mit festen Maschen. Ich werde auch gleich ein Video davon online stellen. Eventuell kommt es erst morgen, denn ich muss es erst drehen. Ich war heute schon, bevor ich das Video fertig geschnitten habe und hochgeladen habe, auf einen Ausflug mit meinem Tuch und habe Fotos gemacht. Die schönsten möchte ich euch jetzt zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen strickvollen Tag. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.